Also nur auf dem Zeichnen. George Harris! Zeig dich! Zeig dich! George Harris! George... George... George Harris! Ja, das ist nicht so schlau. Jetzt hat er wieder angemacht. George Harris! George Harris! Komm raus und suche uns mal ordentlich hier! Jetzt komm uns doch mal... Hab mal Augenkorb! Bedien uns doch mal! George! George! Hä? Was ist er denn? Da! Hä? Bist du behindert? Alter, der ist richtig dumm! George Harris? Sie ist tot! Okay! Was? Du hast kein was? Okay, komm, wir gehen zum anderen Fenster jetzt. Wegen Last Man Standing. Damit der andere schnell rauskommt dann. Naja, der Hund hört ja sowieso erst auf. Wir können uns aber jetzt einfach vor die Tür stellen. Ganz unten. Der läuft jetzt sowieso hin und her. Dann stellen wir uns hier an die Heizung. Aber Weihrauch taugt auch nicht so richtig, ne? So, ist die Spannung höher. Aber... Ja, lass uns ineinander stellen, dann wissen wir nicht. Wenn... Oh mein Gott! Du hast keine schönen Zähne. Du solltest mal zum Zahnarzt. Ach, tut mir leid, dass ich... George! Harris! George! Harris! George! Harris! Also, er hat Michelle jetzt bedient, ne? Nur so 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich danach das noch gerne hätte. Aber ich hoffe, er geht vorher ins Badezimmer, ey. Ist ja eklig. George Harris! George! Wie dumm der Karte war, der ist einfach in das Schlafzimmer gelaufen. Ja, vorhin ganz ehrlich, wenn ich... Was musst du denn? Sehr gut. Wenn ich flüchte, dann bin ich immer tot, ja? Und dann stellst du dich mitten in den Weg, provozierst ihn, sprichst ihn an, hast eine Taschenlammer an und er kommt einfach nicht. Er hantet dich einfach nicht. Ja. Ich fühle mich verarscht. So, George Harris. Ja, klingeling! George Harris! Harry Boy! George Boy! George Harris! Hallo, ich fühle mich irgendwie ein bisschen beliefert hier unten, Alter. George Harris! George Harris! Bloody Mary! Bloody Mary! George Harris! Was machst du da? George Harris! George Harris! George Harris! George Harris! George Harris! George Harris! Können wir ihn hier überhaupt provozieren? Was machen wir? Räumst du hier mal wieder auf? Böse Tote, ey. Ich glaube, wir können ihn hier oben nicht provozieren, kann das sein? George Harris! George Harris! George Harris! George Harris! George Harris! Ihr habt ja eventuell E-Handen wegen der Sanity hier. Georgey Boy! George! Ich sehe nichts. George Harris! Ich sehe echt nichts. Ja! George Harris! George? George, wir sind hier unten! Georgey! Ich habe nur noch ein Foto auf der Kamera. Ich gehe sowieso hops. Die handeln immer mich. Die mögen mich nicht. Georgie! George Harris! Wir sind unten! Das ist jetzt nicht sein Ernst, ne? George Harris! Harris? George Harris? Mr. Harris? Mr. George? Er kommt nicht runter? Ich glaube es nicht, ne? George Harris? Ich schaue irgendwie durch deinen Tischplatzschlitz oder so. Und du hast haarige Beine. Okay. George Harris! George Harris! Was? Ja, ist gut. Alles klar. Nicht wahr! Nein! Das ist doch... Der Knochen ist in der Küche auf der Theke. Das ist doch nicht wahr geworden. Das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt nicht wirklich wahr, Alter. Ich sterbe... Jedes Mal, wenn ich vor irgendeinem Ding wegrenne, sterbe ich eigentlich. Und jetzt wollen wir, dass er uns hantet. Und dass er uns killt. Und... Wow. Grafik. Was ist das? Spon... 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 Spor... Wo bist du denn jetzt schon wieder? Da läuft ne Dose durch die Gegend. Schon wieder bei der Heizung? Also mal wieder. Zack. Hinter... Hinter die Tür. Da macht er schön klack. Ja. George Harris! George Harris! George, ich hab dein Bier geklaut! Das hältst du jetzt nicht so an. George Harris! Ja, das glaube ich auch. George, ich hab dein Bier geklaut und es schmeckt scheiße! Er kappt hier ein Feuerzeug! Ja, er ist auf dem Weg. Nee, er kommt! Hat er dich? Ernsthaft jetzt? Ich bin Last Man Standing? Ist ja nicht wahr. Normalerweise handeln die mich aber komplett weg. Haben wir noch ne Kamera? Warte mal, ich mach noch einmal ein Foto für die Beerdigung. Ein Foto für die Beerdigung. Ein Foto für die Beerdigung. Ist ja nicht wahr, ey. Ich Last Man, ey. Ich Last Man, ey. Ja. 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 Ich bin Alte. Vielen Dank.